Der Start, 224 von Allerade, das ist noch ganz klar, der hier in Frankfurt, den klassiert die Allerade, guckt euch das an, wie der Gas gibt. Was ist da mit der 77? Das Auto, ehemals, glaube ich, von Michael Reinhold, glaube ich, der Corsa mit den zwei Motoren, hat den richtigen Start nicht geschafft. Wir haben hier in Frankfurt die 192, der Wartburg momentan deklassiert auf Platz 3, Marco Krug dran vorbei und Thomas Tebel auf Platz 4. Aber so, guckt euch das an, in der Kurve, der hat vorbei, Marco, auf Platz 1, der Wartburg jetzt auf Platz 2, der wird arge Probleme haben, ich habe schon recht, ich habe schon gesagt, die 192, draußen hat vorbei, reicht aber nicht, Kinder, wir fahren Stocker und Thomas Tebel weiß das als einziges, glaube ich. So, Thomas, dran vorbei, die 192 stehen geblieben, Marco Krug mit der 184 vom T-Blue-Wartner in 191, 191, gefolgt von meinem Favoriten, den Wartburg, ich finde ihn so krass, und Thomas Tebel mit seinem Audi 80 Allrad auf Platz 3, die beiden anderen Kandidaten momentan ausgefallen, wenn da nichts noch Großes passiert, Dennis und Gerrit sind schon in der Startposition, der Marco Krug mit 184, Platz 1 im Ganzen, der Wartburg auf Platz 2 und Thomas Tebel auf Platz 2.